Das ist die Trosi, die hat aber ihren eigenen Kopf, die ist anders als Max. Trosi, 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 total fixiert auf der U, ja, naja, sie will nicht laufen, ne, du willst nicht laufen, ich gehe mal durch den Garten, ne, komm mal her, durch den Garten, ja, komm mal her, ich mag da auch jetzt nicht über den Rasen laufen, weil das ist so nass, ich habe doch nur so kleine Stoffschuhchen, das ist hier so voll nass, sonst würde ich sie scheuchen über den Rasen, ne, Trosi, ja, der Trosi, na gut, mehr kann ich euch nicht zeigen, bis später. Ja. 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 Ja.